Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es um die Beschaffung von sechs Flugabwehrsystemen des Types Iris T SLM vom deutschen Rüstungsunternehmen DealDefense. Wenn euch Sicherheitspolitik interessiert und ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr zukünftig keines meiner Videos mehr verpasst. Legen wir los! Am 14. Juni 2023 hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages der Beschaffung von sechs Flugabwehrsystemen des Types Iris T SLM im Rahmen eines Sonderprogrammes zugestimmt. Das Beschaffungsvolumen beläuft sich auf 950 Millionen Euro. Die Finanzierung erfolgt aus dem Sondervermögen Bundeswehr. Der Zulauf des ersten Systems ist bereits für Ende nächsten Jahres slash Anfang 2025 geplant. Bis 2027 sollen dann alle fünf weiteren Systeme ausgeliefert werden. Das System Iris T SLM hat sich bereits im Ukraine-Krieg bewährt. In einem zweiten Schritt sollen im Rahmen des Vorhabens Nah- und Nächstbereichsschutz, kurz NNBS, vier kombinierte Batterien bestehend aus Iris T SLM und Iris T SLS beschafft werden. Und auch die jetzt beschafften sechs Flugabwehrbatterien Iris T SLM sollen später in das Vorhaben Nah- und Nächstbereichsschutz integriert werden. Womit wir zum System Iris T SLM als solches kommen. Iris T SLM ist ein Medium-Range Air and Missile Defense System, also auf Deutsch ein Flugabwehrsystem mittlerer Reichweite. Eine Iris T SLM Flugabwehrbatterie besteht aus drei Komponenten. Dem Multifunktionsradar TRML4D von Hensoldt, einem Gefechtsstand, dem sogenannten Tactical Operations Center von Airbus und mehreren Feuereinheiten mit dem Lenkflugkörper Iris T SLM von Deal Defense. Das Multifunktionsradar TRML4D bietet eine 360 Grad Abdeckung und hat eine Reichweite von 250 Kilometern und ist mit modernster AESA Radartechnologie ausgerüstet. Dies macht das Radar gegen modernste elektronische Störmaßnahmen widerstandsfähig. Der Gefechtsstand, also der Tactical Operations Center, ist das Gehirn des gesamten Systems und für die Bedrohungsanalyse und Feuerleitung zuständig. Die Feuereinheiten mit dem Lenkflugkörper Iris T SLM haben eine Reichweite von 40 Kilometern und eine Höhenabdeckung von 20 Kilometern und bieten einen 360 Grad Rundumschutz. Bekämpfbare Ziele sind unter anderem Flugzeuge, Drohnen, Hubschrauber, Antiradarraketen, Marschflugkörper, Präzisionsbomben und großkalibrige Raketen. Iris T SLM ist mit dem integrierten Flugabwehrsystem der NATO interoperabel. Das wurde bereits getestet und bietet eine sehr hohe taktische und auch strategische Mobilität, da alle Komponenten des Systems auf einem 20 Fuß ISO-Container montiert sind. Womit wir zum System Iris T SLS kommen, quasi der kleinen Schwester vom Iris T SLM. Denn wie bereits erwähnt, sollen in einem zweiten Schritt vier kombinierte Flugabwehrbatterien beschafft werden, die aus Iris T SLM und Iris T SLS bestehen. Bei Iris T SLS handelt es sich um ein Short Range Air Defense System, kurz SHORAD, also ein Flugabwehrsystem kurzer Reichweite. Als Effektor wird der Luftlenkflugkörper Iris T verwendet, welcher zum Beispiel bei der Luftwaffe beim Eurofighter oder mit dem Eurofighter eingesetzt wird. Auch Iris T SLS bietet einen 360 Grad Rundumschutz bis zu einer Reichweite von 12 Kilometern und einer Höhenabdeckung von 6 Kilometern. Es ist allwettertauglich und auf 10 Fuß ISO-Containern montiert, was ebenfalls eine hohe taktische und strategische Mobilität gewährt, genauso wie beim Iris T SLM. Bekämpfbare Ziele sind Kampfflugzeuge, Hubschrauber, Antiradarraketen, Marschflugkörper, Präzisionsbomben und Drohnen. Damit kommen wir zu dem eigentlichen Vorhaben, was hinter diesen beiden Systemen oder hinter der Beschaffung dieser beiden Systeme steckt, und zwar dem Vorhaben Nah- und Nächstbereichsschutz. Denn seit der Außer-Dienststellung der Systeme Gepard und Roland ist die Bundeswehr nicht mehr in der Lage, Truppen auf dem Marsch und im Gefecht wirksam gegen Bedrohungen aus der Luft zu schützen. Diese Fähigkeitslücke soll durch das Vorhaben Nah- und Nächstbereichsschutz, kurz NNBS, geschlossen werden. Der Zielumfang besteht aus 14 NNBS-Systemen zum Schutz von 8 Brigaden, 3 Divisionstruppen für die 3 deutschen Divisionen, einer Chortruppe und 2 Flugplätzen im Einsatzgebiet. Das Vorhaben gliedert sich in 2 Teilprojekte. Das erste Teilprojekt, genannt Erstbefähigung, besteht aus 4 Systemen für den Schutz von 3 Brigaden und der Divisionstruppe einer Division. Dabei dürfte es sich also um diese 4 kombinierten Feuerbatterien, bestehend aus ihres TSLM und ihres TSLS, handeln. Eine Flugabwehrraketen-Staffel Nah- und Nächstbereichsschutz besteht aus 3 Flugabwehrraketenzügen, einem Staffelgefäßstand, einer Zelleluftverteidigung als Verbindungselement und organischen Unterstützungsteilen. Der erste Flugabwehrraketenzug besteht aus einer Feuerleibgruppe und Elementen des Mittelbereichs, sprich ihres TSLM. Der zweite und dritte Zug besteht aus jeweils 3 Flugabwehrraketen-Panzergruppen, kurzer Reichweite mit dem Effektor ihres TSLS. Das zweite Teilprojekt, die sogenannte Folgebefähigung, sieht dann die Beschaffung zusätzlicher Einheiten in einem weiterentwickelten Rüststand vor. Hier wurde auch jetzt die Aufgabenteilung zwischen Heer und Luftwaffe beschlossen. Das Heer wird für den Nächstbereichsschutz verantwortlich sein, sprich das System ihres TSLS erhalten. Das Trägerfahrzeug wird wohl der GTK-Boxer sein. Ungeklärt ist, ob der schwenkbare Turm, der dann auf dem Boxer installiert werden soll, über 4 oder 6 ihres TSLS verfügen wird. Die Luftwaffe wird wiederum für den Nahbereichsschutz mit dem System ihres TSLM verantwortlich sein. Die Entwicklung des Systems Nah- und Nächstbereichsschutz wird voraussichtlich noch bis zum zweiten Quartal 2025 andauern. Ab 2026 soll die Auslieferung der ersten Systeme beginnen. Darüber hinaus wird spätestens seit dem Ukraine-Krieg auch die Einführung eines neuen Flakpanzers zum Schutz gegen zum Beispiel kleine Drohnen diskutiert. Eigentlich sollte diese Fähigkeit mit dem Teilprojekt 3 von NNBS realisiert werden, jedoch erst in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts und damit zu spät für die Bundeswehr. Dieser zukünftige Flakpanzer soll neben einer Maschinenkanone auch über Lenkflugkörper verfügen. Der wahrscheinlichste Kandidat für diese Forderung dürfte das System Skyranger 30 von Rheinmetall sein. Dazu wird in Zukunft auch noch ein Video auf diesem Kanal erscheinen. Womit wir zum Fazit kommen. Die Wichtigkeit leistungsfähiger Flugabwehrfähigkeiten zeigt sich im Ukraine-Krieg eindeutig. Daher ist es folgerichtig, die deutschen Flugabwehrfähigkeiten mit einer vorgezogenen Beschaffung vom System IRIS-T SLM zu stärken. Wie leistungsfähig dieses System ist, sieht man aktuell im Ukraine-Krieg. Die Ukrainer behaupten, dass das System eine Trefferquote von über 90 Prozent hat. Wichtig ist hier natürlich anzumerken, dass nicht nur die Systeme auf den Hof gestellt werden, sondern natürlich auch ausreichend Munition. Stichwort 30 Tage Munitionsvorrat. Das ist ja die Vorgabe der NATO, dass das auch erfüllt wird. Und natürlich langfristig auch die Erhöhung auf 14 Systeme. Dann halt nicht nur ihres TSLM, sondern im Rahmen des Vorhabens Nah- und Nächstbereichsschutz. Eine Sache, die ich bei diesem Vorhaben Nah- und Nächstbereichsschutz etwas fraglich finde, ist diese Aufgabenteilung zwischen Heer- und Luftwaffe. Denn es erhöht natürlich den Koordinationsaufwand und birgt Gefahren für Fehler. Da wäre es sicherlich einfacher, dem Heer die Hauptverantwortung oder dem Heer die komplette Verantwortung für den Schutz seiner Brigaden, Divisionstruppen und Chortruppen zu übergeben. Und die Luftwaffe hat dann die Systeme, um Flugplätze zu sichern oder halt wichtige Städte, Industriegebiete und so weiter. Des Weiteren ist es meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass ein Nachfolger des Gepards, also ein zukünftiger Flaggpanzer mit Kanone und idealerweise natürlich auch noch Lenkflugkörpern beschafft wird. Denn gerade um kleine Drohnen abzuwehren, die, wie wir ja im Ukraine-Krieg sehen, massig eingesetzt werden, sind Lenkflugkörper, zum Beispiel ihres TSLS oder ihres TSLM, auf Dauer einfach zu teuer. Das lohnt sich nicht. Da kann der Gegner einfach wesentlich mehr Drohnen schicken und man würde sich quasi verausgeben. Und von der Sache her ist hier eine Kanonenbewaffnung im Nächstenbereich, gegen solche Bedrohungen geschützt zu sein, die beste Alternative. Wie bei fast allen Rüstungsprojekten der Bundeswehr bleibt allerdings auch hier die Finanzierung fraglich. Bisher, wie gesagt, nur sechs ihres TSLM, Flugabwehrbatterien aus dem Sondervermögen. Der Rest des Vorhabens Nah- und Nächstbereichsschutz muss wohl über den regulären Einzelplan 14 finanziert werden. Das dürfte unwahrscheinlich sein, sofern keine signifikante Erhöhung in den nächsten Jahren durchgesetzt wird. Hier wieder Stichwort 2% Ziel der NATO. Das war es auch schon mit dem Video zum System ihres TSLM und dem Folgevorhaben Nah- und Nächstbereichsschutz. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert doch meinen Kanal, damit ihr zukünftig keines meiner Videos mehr verpasst. Ein ganz, ganz großes Dankeschön geht auch an Moritz raus, der dieses Video sicherlich wieder wunderbar zusammenschneiden wird. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.